Dann an den Neimann zu PEGIDA. Mich würde einfach noch mal interessieren, ob V-Leute bei den PEGIDA-Demos eine Rolle spielen, also jetzt vom Bundesverfassungsschutz. Und können Sie ausschließen, dass sich unter den führenden Köpfen der PEGIDA-Bewegung V-Leute befinden? Also, was ich sagen kann, ist, dass einzelne Teilnehmer, die an PEGIDA teilnehmen, sicherlich Beobachtungsobjekte der Verfassungsschützer, Verfassungsschützer, wie ist der Plural? Ich weiß es nicht. Der Bundesämter, der Ämter für Verfassungsschutz des Bundes oder der Länder sind. Zu einzelnen V-Männern, verstehen Sie, Herr Jung, kann ich natürlich nichts sagen, ob welche dabei sind oder auch nicht. Die Frage war, ob Sie ausschließen können, dass in der PEGIDA-Führung sich V-Leute oder ähnliche Rollen... Ja, genau. Dazu kann ich logischerweise aus operativen Gründen nichts sagen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Vielen Dank.